Nein, ehrlich, Sherlock Holmes. Hätte ich jetzt nicht gedacht, als muss ich doch einen Millimeter weiterfahren. Ich möchte meinen Anzug wieder haben. Und ich möchte ein Taxi haben. Look at this crew and got the stop, Ray. It's all in the back of the truck. Willst du keep an eye on them? They didn't go nothing? I don't know, Ray. If you don't trust them, then weigh the ice. And catch you around. Wer ist so blöd und steht hier... Oh, das ist eine Feuerwache. Ups. Okay, ich hab nichts gesagt. Aber warum tut Tommy, fährt hier nirgendwo ein Taxi entlang? Ah, doch, da. Nein, ich habe F ge... Aussteigen. Ich weiß, dass da hinten ist frei, also nimm das einfach. Oh, dann fangen wir mal zu unserem Verstecken, Gonk und von dem uns Romano erzählt hat. Oh, wer ruft mich jetzt an. Kein Problem. Wenn ich mich noch gerade umziehen kann, wäre das sehr nett. Aber schicke Wohnung. Ja, das ist okay. Nur andere Schuhe, bitte. Schon besser. Jetzt hab ich wenigstens einen Anzug an, jetzt fühl ich mich wieder wohl. Aussteigen. Oh, da ist ja gar keine drin, das ist noch besser. Dann fahren wir mal zu unserem Freund Jacob. Scheiße. Alter. Alter. Hm. Okay. Yo, nigger, some serious firepower up in here. Rocket launcher, move! Let's find him and get this over with. I don't like being in this man's pocket. They're not but butter, butter. Wir müssen warten, bis die hier außerhalb der Stadt sind. Also müssen wir denen jetzt erstmal ein bisschen folgen. Das Fliegen ist ja leichter als das Landen, sag ich ganz ehrlich. Hier wird mir den anderen Schöpfer. Steig mit ihm, Nico. Wir müssen ihn runterziehen, da gibt es keinen Menschen. Für einen Mann, der mich gefragt hat, dass ich einen anderen Menschen töte, dieser Mann ist wirklich sicherlich sicherlich. Sie sehen, wir haben das Verhältnis über ihn. Ich habe das Gefühl, du willst nicht responsabler sein, sondern ein Helikopter-Frasch in Mittelkart. Show that. Oh, scheiße. Nein, 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 nein. Warum, warum dreht er nicht nach links? Hallo, warum hat er nicht nach links gedreht? Ähm, okay. Gut, aber ich mache jetzt mal hier ganz kurz einen Cut und wir sehen uns dann gleich wieder. Bis gleich. So, und da sind wir wieder. Ich musste jetzt mal ganz kurz gucken, was meine Festplatte sagt, aber wir haben noch genug Platz zum Aufnehmen, deswegen machen wir die Mission einfach noch einmal. Nur just for fun. Anstatt mich da direkt hin zu teleportieren, nein, wir sind mal konsequent und lassen Maffi noch das letzte Stückchen laufen. Scumbag. Och. Scumbag-Developers. Ohne Scheiß. Am besten so ein schönes Rage-Comic noch machen. So wie auf 9-Gang. Und dann hat er echt geglaubt, dass er direkt am Helikopter spawnt. Ha, ha, ha. Oh, ich will jetzt wissen, warum zum Teufel meine... Scheiße, jetzt muss ich mich ganz ehrlich, ob die Maus damit auch was zu tun hat. Okay, ich habe jetzt die Maus mal umgedreht bei mir. Yo, niggas, ich habe eine Feuerwehr-Power in hier. Rocket Launcher, boom! Let's find him and get this over with. I don't like being in this man's pocket. Yeah, not my butter butter. Dieses Dehn-Dialog haben sie nicht verändert. Ja, jetzt geht's wieder. Oh, geil, Transporter-3-Musik. Das ist die geilste Szene, der Transporter-3, finde ich. Obwohl, nee. Jacob, man, I don't see so good when you're blowing the smoke in my face. Ha, 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 ha. Wir sind hier an der frischen Luft, also hier so einfach nur ein Fenster runterkurbeln. Was soll schon passieren? So wie wär's mit jetzt? Soll er unter der Brückegröße liegen? So, jetzt aber. Komm, hier ist jetzt genug Platz. Und der Seite. Hey, keep standing for the shot, no? Run, that's the fuck. I need to rip back it on the line. Now, why, for me? I can't take a shot of this damn terrible thing for it on. Yep. Come on, Jacob. You need two lenses in those glances. Come on, Jacob. Jetzt. Perfect. BAM! Heal, the fire! Good shot, Jacob. We got some cool shot flying skips in the Neko. When the Japan iron flying the elephant don't, we don't feel so good enough. Trust me, this thing, I'm messing with this jump. Alles klar, Jacob. Ich finde, die Inszenierung jetzt wird es echt gut. Alles klar, Jacob. 7500, dann fliegen wir mal zu Ray. Ich glaube wirklich, dass die Maus was damit zu tun hatte. Dass ich eben nicht richtig fliegen konnte. So, mal gucken, ob ich es schaffe, ziemlich punktgenau zu landen. Sieht nicht gut aus. Na ja, es ging. Ist in Ordnung. Meltdown. Ja, 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 sure, Phil, sure. Hey, Phil. Listen. You know me. And I know you. Ah, das mean nothin' by it. Hey, take it easy. Oh, Phil. Take it easy. Hey, listen, tell Jimmy I said hello. Okay. Hey, I'm sorry. Goodbye. We got a problem. Who? You and me? Yeah. I got two options. Option one, you rip me off. Option two, Luca and his buddies ripped his bolt off. Hey, hey. Hey, I left them with the stuff to bring to you as instructed. Maybe you're in on it. Maybe I am. But if you thought that, I wouldn't be standing here right now. You ain't as dumb as you look. Hm. Luca hangs out in Castle Gardens. Go see him. Go get my stuff back so everyone can get paid. Now. Right. Ah, ja. Fahren, fahren, fahren ist für Anfänger. Wir haben hier ein Helikopter stehen. Wozu fahren? Was piepst denn da wie bekloppt? Look here. You're the jaker. So it's all and all and all. It's heaven and heaven. Don't go away. Luca, I can't. Hey. We'll be our own bossy. Luca, I need that ice bag. I don't know what you're talking about, Nicky. I gave everyone of those diamonds to Ray. Now we all know that that's not true. Fuck you, you cabbage-eaten prick. Who says it weren't you that made off with him? That's what I'm telling Ray. The game's up, boys. We're out of here. Ich würde dir am liebsten in meinen Helikopter schicken. Ich würde das nicht machen. Ich bin ein besserer Schütze als du. Oh, nur das mit dem Fahren ist nur ein bisschen so eine komplizierte Angelegenheit im Moment. Einen Augenblick bitte. Das haben wir gleich das Problem. Alter, ich hab dir mindestens drei Platten geschossen. Oh, scheiße. Ähm, ist das jetzt gut, dass die Karre brennt? Ich weiß es jetzt gerade gar nicht. Nein, es war nicht gut, dass die Karre brennt. Alles klar. Okay, mein Fehler. My bad. Ähm, Karre. Da, Karre. Äh, der Universitätsschlossöffner. Dankeschön. Ich glaube, wir müssen denen nur hinterherfahren. Das war auch mein Fehler beim ersten Mal, als ich diese Mission gespielt habe. Ah, verdammt. Also, ihr seht, also, ihr seht jetzt momentan wirklich Muffy beim kompletten Failen jeder Mission. Ähm, aber ihr könnt halt nicht erwarten, dass ich solche Skills habe wie in White City und San Andreas. Ach, warum? Okay, das habe ich eben nicht gelesen. Ich brauche die lebend, aber auf mich soll nicht geschossen werden. So. Einen haben wir da und das müssen wir denen nur noch folgen. Wir folgen denen jetzt mal einfach. Ja, ist aber der falsche Radiosender. Entschuldigung, wenn ich das jetzt mal so direkt sage, aber... Ja. Was soll denn der Scheiß jetzt? Es fahren irgendwelche random people in meinem Auto. Das geht ja... Das kann ja auch mal nicht angehen. Ah, die Verfolgungsjagd zieht sich jetzt ein bisschen in die Länge. Ich meine, oha. Auch nicht schlecht.